Mit Undercut, schwarzem Fukuhila und gebleichten Augenbrauen liefen Bella, 25, und Gigi Hadid, 27, in New York für Designer Marc Jacobs über der Laufsteg. Die krasse Typveränderung schockte die Fans der Modelschwestern. Haben sich Bella und Gigi wirklich für eine Fashion Show den Kopf rasieren lassen? Wie der crazy Look entstanden ist, zeigt Bella Hadid jetzt im Video oben. Gigi und Bella Hadid haben ihren neuen Look Maskenbildnern zu verdanken. Bella, was haben sie mit deinen Haaren gemacht? Oder was haben sie dir nur angetan? Lauteten nur zwei der unzähligen geschockten Kommentare auf Bella Hadids Instagram-Seite, wo die 25-Jährige ihren gewöhnungsbedürftigen Look für die Show von Marc Jacobs präsentierte. Ihre besorgten Fans können jetzt aufatmen. Weder Bella noch Schwesterherz Gigi haben sich von ihren langen Mähnen getrennt. Und unter der Haarpracht versteckt sich auch kein ausrasierter Undercut. Backstage bei Marc Jacobs war ein ganzes Team von Maskenbildnern im Einsatz, um die Models zu verwandeln. Mutig wäre es aber sicher schon gewesen, wenn sich Gigi und Bella diese krasse Typ-Veränderung getraut hätten. CSP 2. 3. Untertitelung des ZDF, 2020